Willkommen zurück auf der Vollmetallbahn oder Vollmetallbahn oder Vollmetallbahn. Nach dem ersten Teil, der sich mit den Reaktivierungsbemühungen befasste, folgt nun die Fortsetzung. Nach der Ebbe kommt die Flut. Ihr ahnt wahrscheinlich bereits, worauf sich dieser Titel bezieht, doch zunächst ein paar Dinge vorneweg. Erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Aufrufe und vor allem Kommentare auf mein erstes Video. Das hat mich zum einen sehr gefreut und noch mal gezeigt, wie viele andere Menschen sich ebenfalls mit der Vollmetallbahn beschäftigen und gelegentlich an ihr verzweifeln. Zudem konnte ich auch einiges dazulernen, empfehle also allen, die Teil 1 noch mal anschauen wollen, die Kommentarspalte. Passenderweise erschienen außerdem rund um den Zeitpunkt der Veröffentlichung von Teil 1 zahlreiche Videos über die Umbaumaßnahmen auf dem reaktivierten Abschnitt der Vollmetallbahn auf dem Kanal Vollme Agarbahn. Das hat mich natürlich sehr gefreut und ich möchte an dieser Stelle eine Empfehlung aussprechen, auf diesen Kanal einen Blick zu werfen, wenn ihr zu meinen Ausführungen noch etwas mehr Videomaterial sehen möchtet. Leider kann man unter den Videos von Vollme Agarbahn nicht kommentieren, weswegen ich auch keinen Kontakt aufnehmen konnte, aber auf das umfangreiche Videomaterial dieses Kanals verweise ich natürlich trotzdem gerne. Ich selber kann für diesen zweiten Teil nicht so viel Videomaterial aufweisen wie noch zu Teil 1. Der Grund dafür wird euch im Laufe des Videos wahrscheinlich bewusst werden. Bei Filmen ist es oftmals so, dass Fortsetzungen einer besonderen Erwartungshaltung ausgesetzt sind. Gerne kommt es vor, dass diese nicht erfüllt werden können und dann die einheilige Meinung herrscht, Teil 2 kommt bei weitem nicht an den ersten Teil ran. Ich denke, diese Fortsetzung hier dürfte nicht für ein derartiges Urteil sorgen. Zumindest gibt es über genügend zu berichten, dass dem Titel der Reihe eine Chronologie des Grauens gerecht werden dürfte. Damit ist nun alles gesagt und ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Video über die Vollmetallbahn. Nach der Ebbe kommt die Flut. Wir beginnen im Jahr 2021 und enden in der Gegenwart, also im Januar 2024. Das Jahr 2021 beginnt für die Vollmetallbahn weitestgehend unspektakulär. Die Züge fahren, wenige Leute sitzen drin, es ist immer noch die Zeit der Corona-Pandemie. Dann tritt jedoch das Ereignis ein, was diesem Video ihren Titel und vielen Menschen viel Leid gebracht hat. Um den 15. Juli 2021 herum sorgte starker Dauerregen, vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, für Überschwemmungen in mehreren Regionen. Mindestens 180 Menschen starben, viele davon im Ahrtal. Im Blick auf die Eisenbahninfrastruktur ist von Schäden von etwa 1,3 Milliarden Euro die Rede. Die Verbindungen Köln-Gerolstein-Trie und die Ahrtalbahn wurden stark beschädigt. Das sogenannte Jahrhunderthochwasser traf, aufgrund der noch wesentlich schlimmeren Ereignisse im Ahrtal medial eher weniger beachtet, auch das Sauerland und damit auch das Vollmetall. Die Vollmetallbahn hat ihren Namen durch ihren oftmals engen Verlauf entlang der Vollme, was der Strecke auch ihren Reiz gibt, wie man in meinen Videos erkennen kann. Diese Nähe zur Vollme wurde der Strecke nun zu Verhängnis. Und so lesen wir einige Tage nach dieser Katastrophe, Bahnverkehr wohl noch monatelang gestört. In NRW sind die Rhein-Ruhr-Linie 9, S-Bahn-Wuppertal-Essen-Steele sowie die Vollmetallbahn RW 52 Hagen-Lüdenstadt-Brücke und die Ruhr-Siegsstrecke RB 91 Hagen-Blättenberg stark beschädigt. Zwischen Hagen und Brügge fahren anstelle der Züge nun Ersatzbusse. Was genau das für die Vollmetallbahn bedeutet, wird einige Tage später deutlich. Folgen des schweren Unwetters, Strecke der RB 52 bleibt weiterhin gesperrt. Das Foto zum Artikel kennen wir bereits. Gesperrt bleiben dagegen neben weiteren Abschnitten auch die Strecken Hagen-Brügge, Vollmetallbahn und Hagen-Plättenberg-Ruhr-Siegsstrecke. Sie sollen bis Ende des Jahres wieder in Betrieb genommen werden. Am 14. September zeigen sich zunehmend die Auswirkungen. Pendler genervt. Massive Schäden an Gleisen legen Bahnverkehr am Vollmetall lahm. Es geht um schnelle Wiederinbetriebnahmen von Strecken, die durch die Flutkatastrophe beschädigt wurden. Aber wir lesen, für die Trasse rund um Schalksmühle kommt das jedoch nicht in Frage. Hier kam es durch das Unwetter zu erheblichen Gleisüberspülungen und Gleisunterspülungen. Außerdem hat die Flut erhebliche Hangrutscher an der Vollme in der Nähe der Bahnanlagen ausgelöst. Wegen der massiven Zerstörung seien erhebliche Erneuerungsarbeiten notwendig. So viel kann die Bahnsprecherin zum jetzigen Zeitpunkt sagen. Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck an der Reparatur der Infrastruktur. Bis dahin setzen wir alles daran, mit Bussen im Schienenersatzverkehr bestmöglich unsere Kunden zu bedienen. Was bestmöglich in diesem Zusammenhang heißt, darüber gehen die Meinungen auseinander. In der Redaktion gibt es immer wieder Beschwerden von Fahrgästen über eine nicht erträgliche Situation beim Schienenersatzverkehr zwischen Lüdenscheid und Hagen. Dazu teilt die Bahnsprecherin mit, hier setzen wir in den Hauptverkehrszeiten auch Direktbusse ohne Zwischenhalt ein, um die Pendler schnellstmöglich ans Ziel zu bringen. Andere Verbindungen verkehren mit allen Zwischenhalten analog zum Zugverkehr. Dieses Angebot werde auch von den Fahrgästen genutzt. Und das wohl eher, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Ein Leser, der regelmäßig Zug fährt, schreibt, da werden die ältesten Fahrzeuge eingesetzt, die der Markt hergibt. Ist dann auch noch die Autobahn nach Hagen dicht, kann man seinen Anschluss vergessen. Freitag zu fahren geht fast gar nicht mehr, da auch die Landstraße ab Rummenol noch immer nicht befahrbar ist. Das möchte ich an dieser Stelle einmal unterstreichen. Schienenersatzverkehr ist ein notwendiges Übel. Was ich mit diesen Bussen selbst erlebt habe, ist, dass sie nicht immer eindeutig beschildert sind. Teilweise ist nicht eindeutig, ob gerade der SEV-Bus aus Lüdenscheid oder nach Lüdenscheid in Brücke hält, wodurch man sicherheitshalber den Fahrer fragen sollte, wohin denn die Reise geht. Und noch viel ärgerlicher, die Fahrzeiten und Haltezeiten des SEV sind eine Blackbox. Verspätung und Live-Fahrzeiten werden in Apps wie dem DB-Navigator nicht angezeigt. Du musst also hoffen, dass dein Bus pünktlich ist oder überhaupt kommt und falls nicht, wirst du darüber nicht informiert. Viel Glück also. Und als hätte man es geahnt, ist in diesem Artikel auch von der Autobahn die Rede und dessen Auswirkungen auf den Schienenersatzverkehr. An dieser Stelle ein kurzer Exkurs in die weitere Verkehrsinfrastruktur in der Region. Die Autobahn 45 wird in den regionalen Medien gerne auch die Lebensader der Region genannt. Imposant über mehrere Talbrücken bahnt sie sich ihren Weg durch das Sauerland, von Dortmund und Hagen bis nach Siegen und weiter Richtung Frankfurt. Diese Lebensader erlitt zu Beginn der Adventszeit einen plötzlichen Verkehrsinfarkt, ebenfalls ein Wort, das in manchen Artikeln der regionalen Presse bis heute auftaucht. Am 2. Dezember 2021 wurde die Talbrücke Ramede im nördlichen Lüdenscheid aufgrund irreparabler Schäden komplett gesperrt. Die Sprengung erfolgte im Mai 2023. Der erste Teil der neuen Brücke soll im Jahr 2026 fertig sein. Dies hatte gravierende Folgen für die umliegende Region. Der sowieso schon eher zähfließende Verkehr in der hügeligen Bergstadt Lüdenscheid mit seinen zahlreichen Baustellen wurde über Nacht von zahlreichen weiteren Autos und Lkw überflutet, um mal im Bild zu bleiben, die nun von der A45 in Lüdenscheid ab- bzw. wieder auffahren mussten. Die Folge waren zahlreiche Staus, genervte Anwohner und verzweifelte Unternehmen. Man muss dazu sagen, dass der Straßenverkehr für die Region und die Stadt Lüdenscheid eine wesentliche Rolle spielt. Zwar gibt es vor allem innerhalb der Stadt ein relativ dichtes Busnetz, doch nur zum Teil eigene Busspuren. Über die Bahnanbindung haben wir schon gesprochen, vor allem zeitlich ist sie zum Beispiel nach Dortmund von Lüdenscheid aus gegenüber der A45 nicht konkurrenzfähig. Und wenn man in benachbarte Kreisstädte wie Olpe oder Siegen kommen möchte, braucht man gar nicht nach konkurrenzfähigen Routen mit dem ÖPNV zu suchen. Dazu kommt, dass Lüdenscheid absolut keine fahrradfreundliche Stadt ist, was der ADFC auch regelmäßig in seinen Erhebungen bestätigt. Zurück zum Thema. Ab Anfang Dezember 2021 ist die Region rund um Lüdenscheid also in doppelter Hinsicht nach Norden hin vom Verkehr abgeschnitten bzw. die Wege sind deutlich erschwert. Schnell kommen neue Ideen und Pläne auf, unter anderem eine direkte Regionalexpresslinie durch das Lennental nach Dortmund, die tatsächlich auch umgesetzt wird. Über die Zukunftspläne der Vollmetallbahn möchte ich an dieser Stelle nicht sprechen, das findet vielleicht Platz in einem separaten Video. Weiter geht es zu Beginn des Jahres 2022. Was ist denn der Stand mit den Flutschäden an der Vollmetallbahn? A45 Sperrung, Strecke gesperrt, Bahn will nicht beschleunigen. Wer angesichts der Blechlawinen, die sich durch die Ausweichstrecken für die gesperrte A45 quälen, hofft, dass die Bahn vielleicht in absehbarer Zeit wieder eine Alternative bieten könnte, sollte nicht zu viel erwarten, zumindest nicht in den nächsten Monaten. Und im weiteren Verlauf des Artikels lesen wir, auch der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas, Leute, die Teil 1 gesehen haben, werden sich erinnern, hat auf eine Anfrage eine Antwort erhalten, mit der er nicht zufrieden sei, erklärte er im Gespräch mit der Redaktion. Die Flut war am 14. Juli. Natürlich habe man zuerst im Ahrtal handeln müssen, aber nach mehr als fünf Monaten sei es an der Zeit, dass es auch im Vollmetall weitergehen müsse. Gerade jetzt, da sich die Situation durch die Sperrung der Autobahnen verschärft habe. Und weiter, eine Sprecherin der Bahn erklärte, dass dem Unternehmen die Situation bewusst sei. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass möglichst schnell auf der gesamten Strecke wieder Züge fahren können und so die Verkehrssituation entlastet wird. Die Bahnstrecke zwischen Hagen und Brügge sei allerdings bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 besonders stark zerstört worden. Was für Schäden das im Detail sind, bleibt offen. Auf der Karte mit der Übersicht der Flutscheen ist in dem Bereich von einer umfangreichen Erneuerung von Gleisen und Weichen und von Hangsicherung die Rede, die notwendig sein. Gut, wir arbeiten mit Hochdruck, wir nehmen euch beim Wort und lassen unter Hochdruck die erste Jahreshälfte 2022 hinter uns. Ende Juni haben wir mal wieder einen Artikel, in dem moniert wird, dass ja trotz Hochdrucks noch nichts passiert ist und dann nähern wir uns auch schon dem traurigen ersten Jahrestag der Flutkatastrophe. Und damit wir dieses Ereignis auch ja nicht vergessen, hat die Flut noch eine Überraschung für uns, die sie ein Jahr versteckt gehalten hat. Schäden an Brückenpfeiler, Bahnstrecke nach Lüdenscheid, dicht. Brückenprobleme und kein Ende. Aus Sicherheitsgründen, das erläuterte die Bahn jetzt auf Nachfrage, ist seit Freitag eine alte Gewölbebrücke zwischen Brügge und Lüdenscheid gesperrt, bei die die RB25 aus Köln fährt. Zwischen Brügge und Lüdenscheid müssen Fahrgäste daher nun Busse nutzen. Der mittlere Stützpfeiler der Brücke kurz vor dem Bahnhof Brügge steht direkt in der Vollme, sagt dazu ein Bahnsprecher. Bei einer turnusmäßigen Inspektion habe man Hohlräume und Beschädigungen festgestellt. Obwohl die Vollme der Zeit wegen der Trockenheit weniger Wasser führe, setzte die Bahn auch Taucher ein, um sich ein genaues Bild machen zu können, hieß es. Bevor jedoch endgültige Ergebnisse vorliegen, habe man den Bahnverkehr zwischen Brücke und Lüdenscheid aus Sicherheitsgründen vorläufig eingestellt. Bis Mittwoch soll die Beprüfung abgeschlossen sein, dann erfolge die Auswertung der Ergebnisse. Davon hänge die weitere Vorgehensweise ab. Was die andere Strecke Richtung Schalksmühle-Rummenol angeht, so bekräftigte er, dass die Behebung der Flutschehen und somit die Befahrbarkeit der Strecke zum Jahresende nach wie vor Ziel ist. Es sei nicht alles sichtbar, was dort vorbereitend geschehe. Das stimmt meiner Meinung nach, ist bislang noch gar nicht sichtbar. In den Tagen darauf erfahren wir mehr, was es mit der Brücke in Brügge auf sich hat. 14.07.2022 nächstes Brückendesaster in Lüdenscheid. Sperrung am Knotenpunkt. Wie auf Fotos zu erkennen ist, zieht sich ein Riss. Durch den mittleren Stützpfeiler, an anderer Stelle ist das Bauwerk mehrere Zentimeter abgesackt. Unter Wasserbilder vom Mauerwerk zeigen weitere Schäden unter der Wasseroberfläche. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. In einem nächsten Schritt soll die Schadstelle trockengelegt werden. Vor Ort wurden dafür Sandsäcke platziert. Eine Verhochung der Folme unterhalb der Brücke wird vorbereitet. Dieses alles sind schon Hinweise auf eine längerfristige Baumaßnahme. 19.07.2022 Sperrung bleibt länger. Wie kaputt ist die Brücke in Brügge? 20.07.2022 Nach A45-Drama. Noch eine Sperrung in Lüdenscheid wegen Brückenschäden. Für die nicht-einheimischen Zuschauer einmal zu veranschaulich, um welche Brücke es sich dabei handelt. Die Brücke befindet sich an der nördlichen Einfahrt des Bahnhofs Brügge, wo die Schienenstränge kurz eingleisig werden, um sich dann mit einer Weiche wieder auf die Stichstrecke nach Lüdenscheid und die Strecke Richtung Hagen teilen. Beim Gleisneubau wurde dieser Engpass geschaffen, wodurch es beispielsweise nicht möglich ist, gleichzeitig aus Lüdenscheid und Hagen in den Bahnhof Brügge einzufahren. Naja, immerhin kann man mit der RB25 von Köln aus ja noch zumindest bis zum Bahnhof Brügge fahren. Das wäre ja wirklich schlimm, wenn diese Verbindung, die uns in Teil 1 so viele Probleme bereitet hat, jetzt auch wieder gekappt würde. Doch genau das kündigt sich wenige Wochen nach der Brückensperre an. Wegen Brückenneubau, letzte Lüdenscheider Bahnanbindung wird gekappt. Die Bahn bittet um Verständnis, aber das dürfte nur noch schwer zu bekommen sein, denn mit der Ankündigung, dass das Unternehmen für 4 Millionen Euro eine neue Eisenbahnbrücke in Dieringhausen baut, ist eine weitere Streckensperrung verbunden, die die Lüdenscheider trifft. Vom 16. September bis voraussichtlich 6. Januar 2023 werden Busse die Fahrgäste der Regionalbahnlinie RB25 aufnehmen. Erst wenn die neue Brücke fertig ist, können hier wieder Züge rollen. Die dadurch erforderliche Busfahrt dauert anderthalb Stunden statt der normalerweise 45-minütigen Zugfahrt. Die Züge müssten auf der gesamten Strecke zwischen Dieringhausen und Lüdenscheid durch Busse ersetzt werden. Grund hierfür sind die noch unwetterbedingt gesperrte Vollmetallbahn zwischen Rummenol und Brügge sowie die seit dem 1. Juli erforderliche Sperrung der Vollmebrücke in Brügge. Diese Sperrungen verhinderten Werkstattzuführung und die Dieselbetankung der Fahrzeuge. Die Fahrzeuge sind quasi eingeschlossen, erläutert der Bahnsprecher. Das ist alles nicht einfach. Tja, wo er recht hat, hat er recht. Aber immerhin erfahren wir einen Tag später. Bahn behebt Flutschäden zwischen Hagen und Schalksmühle. Beim Hochwasser im Juli 2021 wurde ein Teil der Bahnstrecke im Vollmetall zerstört. Mehr als ein Jahr später kümmert sich die Deutsche Bahn nun um die Reparaturen. Diese Maßnahme betrifft mehrere hundert Meter der Bahnstrecken zwischen Schalksmühle und Rummenol. Denn im Bereich Daler Brück wurden die Schienen durch das Hochwasser im Juli 2021 unterspült. Der Bahndamm ist durch die Flut zum Teil abgerutscht. Das ist nicht die einzige Stelle, an der die Bahn arbeitet. Geplant ist eine Fertigstellung der Arbeiten bis zum 10. Dezember, denn dann möchte die Deutsche Bahn diese Strecke zum Fahrplanwechsel wieder in Betrieb nehmen. Das teilte die Gemeinde Schalksmühle Ende Juli mit. Doch nicht nur für den Personenverkehr ist diese doppelte oder man könnte sogar sagen dreifache Sperrung ein großes Problem und Ärgernis. Auch für den Güterverkehr. Denn in den letzten Jahren sind durch den Klimawandel und die trockenen und heißen Sommermonate viele der Fichtenmonokulturen im Sauerland vom Borkenkäfer befallen worden. Ganze Wälder, die ich aus meiner Kindheit und Jugend kenne, durch die ich während des Lockdowns spaziert bin, sind jetzt tot und abgeholzt. Das Holz muss natürlich abtransportiert werden, wofür sich die Bahn bestens eignen würde. Aber Verkehrschaos im MK. Schienentransporte fallen aus. Noch mehr LKW. Seit Herbst 2021 ist der Bahnhof Brügge, betrieben durch die Stadt Lüdenscheid, offiziell Verladebahnhof für das Kalamitätsholz aus der Region. Fast alle toten Fichten werden nach dem Schlagen von den Waldarbeitern direkt nach Brügge gebracht, wo sie zeitnah aufgestartete Güterzüge verladen, über die vollme Strecke Richtung Köln transportiert und von dort über Binnen- und Seehäfen nach China verschifft werden. Fast 40 mit Holz beladene Züge haben seit wieder in Betriebnahme den Brügger Güterbahnhof verlassen. Doch inzwischen stapeln sich die Stämme bis zu sechs Meter hoch auf der dortigen Lagerfläche. Revierförster Markus Teuber kommt diese Kommunikationsstrategie bekannt vor. Er ist nicht gut, auf die Bahn zu sprechen. Von der neuerlichen Sperrung zwischen Brügge und Dieringhausen vom 16. September bis 6. Januar hat er erst vor kurzem erfahren, obwohl die Bahn betont, dass diese Maßnahme schon seit längerem geplant war. Für Teuber und die heimischen Waldbesitzer ist es nach mehreren Tiefschlägen in der Vergangenheit der nächste kalte Schlag, wie er sagt. Mit einer Notlösung wolle man nun versuchen, bis zur Sperrung in drei Wochen wenigstens noch drei Zugtransporte durchzuführen. Dazu wird eine zweite Lok nach Brügge gebracht, die jeden Waggon einzeln ins Verladegleis schiebt. Das sind erhebliche Mehrkosten, sagt Teuber. Bahnstrecke im Vollmetall, Drama in drei Akten. Spätestens seit der Sperrung der A45 im Dezember 2021 ist Lüdenscheid von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten. Zumindest mit dem Auto oder dem LKW. Die Hoffnung, dass nennenswerte Verkehrsmengen auf die Schiene verlagert werden können, hatte sich da schon erledigt. Nach den Flutschäden im Juli 2021 war die Vollmetallstrecke RB52 zwischen Hagen-Rummenol und Brügge zum damaligen Zeitpunkt bereits unpassierbar und wurde dauerhaft gesperrt. Anfang Juli 2022 dann die nächste Hiobsbotschaft. Knapp ein Jahr nach dem Jahrhundert Hochwasser im Vollmetall entdeckte die Deutsche Bahn bei einer Brückenprüfung, dass die Vollmeüberführung zwischen Brügge und Lüdenscheid wegen Flutschäden einstutzgefährdet ist. Die Strecke wurde umgehend gesperrt. Wann die Brücke aus dem 19. Jahrhundert repariert und freigegeben werden kann, ist derzeit völlig unklar. Verschärft wird die Situation noch durch eine weitere Sperrung, die die Bahn vor wenigen Tagen ankündigte. Ab dem 16. September ist die gesamte Bahnstrecke zwischen Brügge und Gummersbach-Dieringhausen RB25 dicht, weil in Dieringhausen eine Brücke erneuert werden muss. Für den Personenverkehr wird voraussichtlich bis zum 6. Januar 2023 ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Betroffen sind Passagiere, die bislang die Haltepunkte Brügge, Oberbrügge, Kiesbemainerzagen Marienheide und Gummersbach Bahnhof nutzten. Die Fahrzeit verdoppelt sich für sie auf dem Abschnitt von 45 Minuten auf anderthalb Stunden. Güterverkehr ist in der Zeit auf der Strecke gänzlich untersagt. Schön, dass wir hier nochmal eine kleine Zusammenfassung bekommen, man verliert leicht den Überblick, aber ich muss euch vorwarnen, wir sind noch lange nicht fertig. 30.08.2022, der Ton wird rauer. Herr Riedel, dessen Fotos ich in diesen Videos freundlicherweise nutzen darf, bringt es auf den Punkt. Streckensanierung, Bahnbündnis kritisiert Märchenstunde mit der Bahn AG. Das Aktionsbündnis Vollmer-Aggabahn kritisiert die Darstellung der Bahn AG zum Stand der Reparaturen der Hochwasserstädten im Vollmetall. Ein Jahr Planungszeit für eine Stützmauer seien zu lang. Wie so oft im Leben kommt es mitunter auf den Blickwinkel an. Während die Bahn AG am Mittwoch bei der Vorstellung des Status Quo auf ihren drei Baustellen im Vollmetall fast sogar ein wenig stolz darauf war, dass die Ertüchtigung des Streckenbereichs in Strecksmühle durch die durchgeführte Damsanierung binnen 16 Monaten gelingt, normalerweise dauert so ein Vorhaben mit umfangreichen Planungs- und Genehmigungsverfahren vier Jahre, nennt Christoph Riedel vom Aktionsbündnis Vollmer-Aggabahn die Darstellung der Bahn AG eine Märchenstunde. Man muss da ehrlich bleiben und sollte sich nicht so selbst beweihräuchern, sagt Riedel. Und zu einer ehrlichen Kommunikation hätte gehört, dass Lüdenscheid in der Prioritätenliste ganz hinten stand. Nach dem Hochwasser sind schon Bahnstrecken im Ahrtal wieder ertüchtigt worden, weil sie eine höhere Priorität gehabt haben. Lüdenscheid steht da am Ende der Skala. Und dann am 16. September 2022 ist es soweit. Die Bahn sperrt den Abschnitt zwischen Gummersbach, Dieringhausen und Lüdenscheid, um eine Brücke aus dem Jahr 1892 zu ersetzen, ohne Möglichkeit die ursprüngliche Zweigleisigkeit zwischen Gummersbach und Dieringhausen wieder herzustellen. Bedeutet, Schienenersatzverkehr zwischen Lüdenscheid und Gummersbach mit längeren Umstiegsseiten und längeren Fahrzeiten. Über den Schienenersatzverkehr habe ich ja vorhin schon mal gesprochen. Es wird aber noch kurioser. Durch Eierkurven und Schnörrenbach, kuriose SEV-Streckenführung nach Sperrung. Kiers-Bahne-Fahrer reiben sich dieser Tage verwundert die Augen. Seit dem 16. September, also seit einer Woche, wird auf der Strecke der RB25 zwischen Lüdenscheid und Dieringhausen und in die Gegenrichtung ein sogenannter Schienenersatzverkehr SEV eingesetzt. Das war notwendig geworden, weil eine Brücke kurz hinter Dieringhausen in Richtung Gummersbach neu gebaut werden muss, wie er berichtete. Soweit, so gut, könnte man denken. Dass aber der Ersatzverkehr nicht etwa parallel zur Bahntrasse eingesetzt wird und demnach auch nicht an allen Bahnhöfen hält, verwundert dann doch. Beispielsweise von Lüdenscheid aus kommend fährt der Bus zunächst zum Bahnhof in Brügge, um dort Bahnkunden aufzunehmen. Weiter geht's nach Oberbrügge, um auch dort Bahnfahrer einzusammeln. Dann jedoch fährt der Bus nicht etwa weiter über die Bundesstraße 54, sondern biegt in Oberbrügge auf die Heerstraße, oben am Ortseingang in Halver, dann nach links ab in Richtung Kiersbe und sammelt Kiersbe-Bahnfahrer schließlich nicht dort am ZOB ein, sondern an der Bushaltestelle Bremiker, Höhe Rewe-Markt. Auch dann geht es nicht etwa die Kölner Straße hinab zum ZOB, sondern durch Schnörrenbach zum ZOB-Meinerzeigen. Danach macht sich der SEV-Bus auf den Weg nach Marienheide, weiter nach Gummersbach und erreicht schließlich den Bahnhof Dieringhausen, wo die Bahnkunden dann wieder in die Regionalbahn umsteigen können, denn zwischen Dieringhausen und Köln fährt der Zug nach wie vor. Kiersbe, die am ZOB warten, tun das also vergeblich. Zwar zeigt die elektronische Anzeigentafel eindeutig, dass der Bus auch über den ZOB fahren und dort entsprechend am Steig 4 halten würde. Das jedoch geschah nicht. Ein Kundenanruf bei der Hotline ergab dann eine doch etwas merkwürdige Auskunft. Dann müsse auf der Anzeige halt vermerkt werden, dass die Bahnkunden sich zur Haltestelle Bremica begeben müssten, um den SEV nutzen zu können. Und was meint die DB Regio NRW zu diesem aus Bahnkundensicht Kuriosum? Die weist alle Schuld von sich. So heißt es in einer schriftlichen Antwort auf Anfrage der Redaktion, die Situation stellt sich so dar, dass es Wunsch des Bestellers NWL war, dass wir in Kiersbe nicht am ZOB halten, da die andere Haltestelle mehr im Zentrum liege. Außerdem hat es den Vorteil, dass die stark befahrene B54 nicht genutzt werden muss. Soweit noch nicht geschehen, werde die Kundeninfo optimiert und die Situation weiter beobachtet. Gestern Nachmittag dann gab DB Regio eine neue Info heraus. Aufgrund von Straßenbauarbeit und einer damit verbundenen Totalsperrung im Bereich Ehringhausen kann die aktuelle Haltestelle des Schienenersatzverkehrs in Kiersbe an der Haltestelle Bremica nicht angefahren werden. Im umgenannten Zeitraum halten die Busse ersatzweise in Kiersbe am zentralen Omnibusbahnhof ZOB. Auch wenn sich der eine oder andere jetzt freuen mag, lange währt das nicht. Denn der ZOB wird durch den SEV-Bus nur vom 23. September 17.30 bis 26. September 4 Uhr und vom 30. September 17.30 bis 3. Oktober 4 Uhr angefahren. Ansonsten gilt die ursprüngliche Regelung. 7.10.22. Bahn im Vollmetall, Streckensanierung verzögert sich. Die für Dezember angepeilte Verlängerung der Linie RB52 bis nach Schalksmühle verzögert sich bis auf Weiteres. Grund sind unter anderem die starken Regenfälle im September. Hm. Was könnte man denn jetzt noch machen, um das Chaos perfekt zu machen? Welchen Verkehrsweg haben wir der Region noch übrig? Äh, ah, die B54. Die Bundesstraße, die in Teilen parallel zur Bahnstrecke durch das Vollmetall verläuft und seit Dezember 2021 zusätzlich den Umleitungsverkehr von der A45 aufnehmen muss. Ja, dann sperren wir die am besten in Teilen für eine Baustelle auch noch. Unkalkulierbar, auch Gäste im Schienenersatzverkehr leiden unter B54 Sperrung. Da heißt es unter anderem, letzteres würde Reinhild Nockemann unterschreiben. Die Busse, die aus Lüdenstadt kommen, verpassen oft den Anschlusszug in Rummenol, sagt sie und benennt ein weiteres Ärgernis. Da gibt es auch keine Funkverbindung zum Zug, dass er mal warten könnte. Der ist dann einfach weg. Keine guten Zeiten für Zugreisende sind es im Vollmetall. Auch sie wünschen sich die Rückkehr von ein bisschen Normalität, aber da werden so noch Geduld mitbringen müssen. Und das ist auch etwas, was ich aus eigener Erfahrung berichten kann, dass man mit dem Schienenersatzverkehrsbus nach Rummenol fährt und dann fährt einen der Zug vor der Nase weg. Okay, was haben wir noch? Also, wir haben diese Brückensperrung in Brügge. Wir haben immer noch die Flutsperrung bei Schalksmühle. Wir haben die Brückensperre bei Gummersbach-Dieringenhaus mit Schienenersatzverkehr. Wir haben die Autobahn 45 mit der kaputten Brücke und wir haben die B54, die im Moment in Teilen gesperrt ist. Wo fährt denn noch was? Ah ja, zwischen der Hagen, Hauptbahnhof und Hang Rummenol, da fahren die Züge ja mittlerweile wieder. Dann lasst uns das doch auch nochmal sperren. 21.10.2022, nächste Sperrung. Ab Montag fahren im Vollmetall gar keine Züge mehr. Erneuerungen in Rummenol führen zur kompletten Umstellung auf Busverkehr zwischen Lüdenscheid und Hagen. So erneuern die Experten das Gleis 4 in Rummenol sowie drei Bahnübergänge, einen Durchlass und die Tiefenentwässerung. Entlang der Strecke erfolgt auf rund 1,7 Kilometern zudem eine sogenannte Bettungsreinigung. Aufgrund der Vollsperrung und der ohnehin aufgrund der Flutfolgen noch bestehenden Sperrung zwischen Rummenol und Lüdenscheid wird die RW 52 vom Montag 24. Oktober 11.45 Uhr bis Sonntag 13. November 23.50 Uhr zwischen der Hagen Hauptbahnhof und Lüdenscheid komplett durch Busse ersetzt. Der Schienenersatzverkehr bedient alle Halte der RW 52, außerdem verkehrt ein Schnellbus ohne Zwischenhalte zwischen dem Hagener Hauptbahnhof und Lüdenscheid. Wir nähern uns dem Ende des Jahres 2022 und dem Fahrplanwechsel. Zur Erinnerung, mit Hochdruck wurde ja ein Jahr nach der Flut angefangen, die Flutschäden auf der Vollmetallbahn zu beseitigen. Also die Flutschäden bei Daler Brück und Schlagsmühle, die Flutschäden an der Brücke in Brügge wurden ja dann erst entdeckt. 13.12.2022, nach Jahrhundertflut, das ist der Zeitplan für die Vollmetallbahn. Spätestens im nächsten Sommer soll der Schienenverkehr der RB 52 zwischen Hagen und Schlagsmühle wieder rollen, ab Dezember dann auch weiter nach Brügge und Lüdenscheid. Und bezüglich zur Brügge in Brügge erfahren wir auch was Neues. Marode Brücke, das sind die Pläne der Bahn für Lüdenscheid. Die Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn DB sprechen von einem sehr ambitionierten Zeitplan. Die Marode Eisenbahn Brücke in Brügge, die bei der Hochwasserkatastrophe irreparabel beschädigt wurde, soll bis zum 10. Dezember 2023 durch einen Neubau ersetzt sein. Und weiter, wie Hauschild und sein Netzkollege Christian Jüngling erklären, war sogar eine Zwischenlösung im Gespräch, ein Behelfsbahnsteig hinter der kaputten Brücke. Doch die Einrichtung eines provisorischen Bahnsteigs zum Aus- und Einsteigen könne nicht mal eben geschaffen werden, sondern erfordere technische und bauliche Maßnahmen, deren Umsetzung ebenfalls etwa ein Jahr gedauert hätte. Tobias Hauschild, solch ein Projekt haben wir nicht weiter verfolgt, das wäre nicht schnell genug gegangen. Die Frage mit dem Behelfsbahnsteig hat mich etwas beschäftigt. Ich habe mir mal auf der Karte angeschaut, wo man denn hätte einen Behelfsbahnsteig machen können. Möglich wäre es beispielsweise auf dem Lidl Parkplatz, etwa 10 Minuten Fußweg entfernt vom Bahnhof gewesen. Ob das umsetzbar gewesen wäre, keine Ahnung, anscheinend ja nicht, dazu bin ich kein Experte. Da schaue ich nur mit einem pragmatischen Blick drauf. Okay, also die Perspektive für 2023 ist, unter Hochdruck, ab dem Sommer wieder bis nach Schalksmühle und ab Dezember wieder komplett normaler Betrieb. Wir sind gespannt. Das neue Jahr beginnt erstmal mit der erfreulichen Nachricht, dass DRB 25, zumindest von Brügge aus, wieder Richtung Köln fährt. Gut drei Tage später als geplant, aber hey, das fällt bei Betrachtung der Gesamtsituation kaum ins Gewicht. Was allerdings ins Gewicht fällt, ist natürlich die Tatsache, dass man von Norden mit dem Schienenersatzverkehr kommt, die RB 25 in Brügge natürlich nicht erreicht, weil der Bus ja länger unterwegs ist, als es der Zugfahrplan hergibt. Dementsprechend muss man sich, wenn man beispielsweise aus dem Ruhrgebiet kommt und nach Kiersbe möchte, entweder 55 Minuten in Brügge am Bahnhof herumstehen oder sich von dort mit dem Auto abholen lassen. Das nur kurz am Rande der Mobilitätswende und so. Wenige Tage später dann die Ankündigung, dass die Strecke der RB 25 bald wieder einige Nächte für Kampfmittel-Sondierung gesperrt wird. Schön hierbei auch, dass immer noch ein Bild des Bahnhofs meiner Zargen mit seinem Behelfsbahnsteig von 2014 zu sehen ist. Als wäre die Strecke aus der Zeit gefallen. Wie ist eigentlich der Stand beim Güterverkehr? Holztransporte ab Brügge wieder möglich, aber die Kunden zögern noch. Da heißt es unter anderem, Schalxmühle, alles zum kleinen Fahrplanwechsel fertig. Auch von diesen Baustellen berichtete Hauschild ausführlich. Die eine ist praktisch fertig, die andere zwischen Daler Brügge und Schalxmühle leidet derzeit darunter, dass durch das jüngste Hochwasser die Baugrube wieder vollgelaufen ist. Das wird uns drei bis vier Wochen kosten, so Hauschild, aber der Zeitplan bleibt bestehen. Das heißt, zum kleinen Fahrplanwechsel im Juni soll die Vollmetallbahn wieder Daler Brügge und Schalxmühle ansteuern. Auf Nachfrage von, Achtung, da ist er wieder, Gordon Duders, SPD, gab Hauschild zudem Auskunft über die Möglichkeiten von Holztransporten von Brügge aus über die Schiene. Grundsätzlich ist das wieder möglich, allerdings mit einem deutlich erhöhten Rangieraufwand, weil die Weiche auf der maroden Brücke nicht genutzt werden kann, stellt der Hauschild fest. Die Züge müssten mit zwei Triebwagen agieren. Dafür fehlt bei manchen Kunden einfach das Interesse. Das ist natürlich ärgerlich mit der Weiche auf der Brücke, wenn man nur mehr Gleise und Weichenverbindungen übrig gelassen hätte, um Kapazitäten für den Güterverkehr zu haben. Naja, die hatte man, bis man sich entschieden hat, im Zuge des Rückbaus und der Reaktivierung, die Strecke nur mit einem Minimalpaket von Schienen und Weichen wieder zu errichten. Immerhin lesen wir im März, dass unsere Dauerbaustelle von 2021 im Zeitplan ist. Also, dem verspäteten Zeitplan natürlich. Ach nee, ist sie doch nicht. Zwei Monate nach dieser Ankündigung lesen wir, Bahnstrecke im Vollmetall kein Zug trotz Baustellenende. Wie eine Sprecherin der Bahn mitteilt, würde die Wiederaufnahme der beiden Schalksmüller-Haltestellen den Einsatz eines weiteren Zuges und demnach auch eines Zugführers notwendig machen. Da jedoch der aktuelle fahrende Schienenersatzverkehr ab Rummenol lediglich wenige Minuten länger brauchen würde als die regulär angesetzten Zugzeiten, sähe die Deutsche Bahn davon ab, den Streckenabschnitt in Betrieb zu nehmen. Diese Entscheidung sei nach langem Hin und Her als die richtige Lösung angesehen worden, da eine Vielzahl an Bauarbeiten im Skienetz zusätzliches Personal- und Fahrzeugebinde. Die neue Zielsetzung sehe vor, die gesamte Strecke der RB52 mit der Fertigstellung des Baus der beschädigten Brücke in Brügge zum Fahrplanwechsel im Dezember freizugeben. Der Neubau liege im aktuell gesetzten Zeitraum. Die Bahn ist sich über mögliche Unannehmlichkeiten bewusst und hoffe auf das Verständnis der Fahrgäste. mögliche Unannehmlichkeiten. Also das muss man sich mal vorstellen, da liegt die kaputte Strecke nach der Flut ein Jahr lang rum, dann wird ein Jahr daran repariert, inklusive Ankündigung, wir arbeiten mit Hochdruck daran und jetzt sagen die einfach, nö, wir öffnen noch nicht, ihr könnt ja weiter Bus fahren. Nicht nur ich bin darüber natürlich sehr erbost, sondern auch die lokale Politik. Es fährt kein Zug nach nirgendwo, Bahn schneidet den MK ab. Falls ich das noch nicht gesagt habe, MK steht für Märkischen Kreis. Dudas, wer gut aufgepasst hat, müsste auch seinen Vornamen kennen, drängt darauf, noch einmal das Gespräch mit der Bahn zu suchen, damit diese ihre Entscheidung überdenken könne. Ralf Schwarzkopf, CDU, sieht das ähnlich. Dass die Bahnreisenden ob Rummenol weiter den Schienenersatzverkehr nutzen sollen, ist sau blöd, sagt Schwarzkopf. Man sollte noch einmal mit der Bahn sprechen, damit sie dies überdenkt. Es ist einfach schade, dass so eine Entscheidung getroffen wird. Wenn die Züge nach Steaksmühle weitergefahren wären, wäre das auch ein klares Signal gewesen, dass es vorangeht. Man hätte dem Eindruck entgegenwirken können, dass bei der Bahn sowieso immer alles länger dauert. 28.06.2023 die Vollmerregion und die Bahn, doch Hoffnung auf eine frühere Lösung. Im Dezember soll in Brügge eine neue Brügge stehen und dann soll es auch wieder vorangehen auf der Schiene. Lüdenscheid selbst wird dann gut zweieinhalb Jahre abgeschnitten sein vom Bahnbetrieb. Schienenersatzverkehr gibt es, einen weiteren Bus, der als schnellere Variante über die Autobahn von Hagen zum Bahnhof nach Lüdenscheid fährt. Und weiter, wie das Ministerium dazu stehe, dass die Bahn AG Schalksmühle nicht ansteuern will, obwohl der Bahndarm in Schalksmühle saniert sei, war die Frage. Mehr als drei Wochen hat das Ministerium für eine Antwort gebraucht. Derzeit ist geplant, dass der Schienenverkehr auf der Strecke bis nach Dallabrück in Schalksmühle zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wieder aufgenommen wird. Gibt das Ministerium dabei die Lesart der Bahn AG wieder. Derzeit befindet sich der Nahverkehr Westfalen-Lippe jedoch in Abstimmungsgesprächen mit der DB, ob die Wiederaufnahme der Verkehre nicht doch zum Ende der Sommerferien erfolgen könnte. Eine Entscheidung wird zeitnah erwartet. Die Wiederaufnahme nach den Sommerferien erfolgte natürlich nicht und somit zuckelten die Schienenersatzverkehrsbusse weiterhin von Rummenol nach Lüdenscheid. Naja, immerhin fährt ja seit dem Januar wieder die RB25 von Köln bis nach Brügge, oder? Oder? 6.8.23 Bahnstrecke dicht. Bahnhof Brügge wird zur Sackgasse. Im vergangenen Sommer stapelten sich am Verladegleis des Bahnhofs Brügge noch die Fichtenstämme. Nun türmen sich dort Berge von Hackschnitzeln, denn Holztransporte über die Schiene bleiben nach wie vor unmöglich. Das hat gleich mehrere Gründe und Folgen für den regionalen Holzmarkt. Offiziell ist der Bahnhof in Brügge schon seit Herbst 2021 verlade Bahnhof für das Kalamitätsholz aus der Region, das es durch Trockenheit und Borkenkäfer in den vergangenen Jahren in Massen gab. Eigentlich sollten fast alle toten Fichten nach Lüdenscheid gebracht und auf gecharterten Güterzügen über die Fäumestrecke Richtung Köln und von dort nach ganz Europa transportiert werden. Revierförster Markus Täuber, der die Transporte für die Waldbesitzer koordiniert, erklärt, wir brauchen diese Brücke zum Rangieren auf das Verladegleis. Auch die zwischenzeitlich geöffnete Strecke nach Köln hat uns also nichts gebracht. Der letzte Ganzzug mit Fichtenholz habe den Brügger Bahnhof im November 2022 verlassen, auch wenn die Bahnstrecke Anfang 2023 für knapp sechs Monate geöffnet und erst im Juni wieder für fast ein halbes Jahr gesperrt wurde. Im Dezember sollen nach derzeitigem Stand sowohl die Bahnstrecke als auch Vollmeüberführung wieder freigegeben werden. Das bekräftigten Vertreter der Deutschen Bahn erst kürzlich bei einem Ortstermin von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer. Das meiste Holz konnten wir dann leider nicht per Güterzug abtransportieren, sagt Täuber, der dabei auf die eingeschränkteren Vermarktungsmöglichkeiten verweist. Der lukrative Absatz an die großen Sägewerke in Süd- und Osteuropa fiel damit weg. Denn diese würden pro Woche zumindest einen Ganzzug mit 1500 bis 2500 Festmetern erwarten. Solche Holzmengen hätten wir zwar durchaus aus, aber nun müssen wir sie gezwungenermaßen mit Lkw abtransportieren. Diese könnten jeweils maximal 30 Festmeter laden, was solche Liefermengen unmöglich macht. Hinzu kommen erhebliche ökologische Nachteile. Mehr Güter auf die Schiene. Tja, und die geliebte RB25 ist schon wieder gesperrt. Erneut wegen Brückenarbeiten, dieses Mal größtenteils auf dem Abschnitt der Oberbergischen Bahn der RB25, also weit entfernt von Lüdenstein, Kielspel, Meiner, Zagen und Co. Aber da die Strecke dann ja wieder in beide Richtungen vom Streckennetz abgeschnitten ist, gibt es wieder großzügigen Schienenersatzverkehr mit Bussen mit erheblich längeren Fahrzeiten bis Dezember. Beziehungsweise wahrscheinlich eher wieder noch länger. 2.9.23 Bahnstrecke im MK vermutlich länger gesperrt als geplant. Am Sonntag, 10. Dezember, dem 2. Advent, soll die RB25 wieder von Köln die ganze Strecke bis nach Lüdenstein eigentlich wieder fahren. Ob die Bahn hier aber pünktlich sein wird, ist fraglich. Denn einen Termin für den Abriss der Brücke gibt es noch gar nicht, wie ein Bahnsprecher auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Die Wiederaufnahme des Bahnbetriebs hänge wesentlich davon ab, ob die Planungen alle vorbereitenden Maßnahmen sowie die Brückenerneuerung selbst rechtzeitig fertiggestellt und geprüft bzw. abgenommen werden können, erklärt der Sprecher weiter. Dabei hat sich gezeigt, dass die hochwasserresiliente Planung und bauzeitliche Hochwasserschutzvorsorge mehr Zeit erfordern als zunächst vorgesehen. Wie viel Zeit das sein wird, ließ er unbeantwortet. Das wird dann kurz danach auch nochmal bestätigt. Das hochaktuelle Foto kennt ihr bereits. RB25, Verlängerung der Bauzeit bis Frühjahr. Die Deutsche Bahn DB modernisiert auf der Strecke zwischen Lüdenstein und Overrad vier Brücken gleichzeitig. Drei Brücken, eine in Kiesbe, die Vollmebrücke in Lüdensteinbrücke und eine in Engelskirchen-Lope liegen nach Angaben der DB im Zeitplan und werden zum Fahrplanwechsel im Dezember fertiggestellt. Die Bauarbeiten an der Brücke über die Aga in Engelskirchen-Lope verzögern sich, wie bereits angekündigt. Etwas mehr Gewissheit also jetzt für die Pendler, auch wenn es für Lüdensteider und Vollmetaller keine guten Nachrichten sind. Aufs Ungewohnte kommen die verhinderten Bahnfahrer aber nicht. Ein sehr passender Satz. Im September wird dann die marode Brücke in Brücke nach über einem Jahr endlich abgerissen. Es bleiben noch drei Monate für den Neubau. Stichwort Brücke. Brücke. 28. September 2023. B54 in Hagen, wegen Brückenschäden voll gesperrt. Auch Bahnverkehr ist betroffen. Die B54 ist seit Mittwochnachmittag bei Hagen-Alpe voll gesperrt. Es wurden Schäden an einer Brücke festgestellt. Auch der Bahnverkehr ist davon betroffen. Straßen NRW hat am Mittwochnachmittag, 27. September, die Vollmetallstraße B54 in Hagen-NRW voll gesperrt. Für das Vollmetall ist es damit das nächste Brückendesaster. Das sorgt bereits für Staus. Pendler müssen Umwege fahren. Auch die darunter verlaufende Bahnstrecke ist betroffen. Die Vollmetallbahn RW52 fährt aktuell nicht. Die Bahn teilt mit, dass der Streckenabschnitt derzeit gesperrt ist und keine Fahrten zwischen Herdecke und Rummonon möglich sind. Für Bahnreisende gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Grund für die Sperrung. Bei einer genauen Untersuchung wurden Schäden an der Vollmetallbrücke festgestellt. Bereits im Juni wurde eine defekte Übergangskonstruktion am Brückenbauwerk festgestellt. Auf der Brücke durfte man daher nur 10 km h fahren. Am heutigen Mittwoch wurde eine Schadenserweiterung an einem Konstruktionsteil festgestellt. Aus Sicherheitsgründen ist es zwingend erforderlich, den Verkehr von dem Brückenbauwerk zu entziehen, schreibt Straßen NRW in einer Mitteilung. Die nächste Sperrung DUDAS fordert nach neuem Desaster einen Vollmetall-Brückengipfel. Regionalbahnschienenersatzverkehr eingerichtet und auch Bahnkunden, die bereits seit zwei Jahren auf die Regionalbahnverbindung zwischen Lünenstadt und Rummonon verzichten müssen, erleben das nächste Desaster. Sie müssen nun auf einer noch längeren Strecke den Schienenersatzverkehr in Anspruch nehmen. Laut Onlineportalzug info.naw werden bis auf weiteres zwei Busse der Firma Hanniki. Zwischen Rummonon und Herdecke pendeln. Dieser Bus hält am ZOB in Hagen am Busstreck 4. Unterdessen hat sich auch Gordan DUDAS, SPD-Landtagsabgeordneter für den Märkischen Kreis und verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag zu Wort gemeldet. Er kritisiert massiv Landesverkehrsminister Oliver Krischer, aber auch dessen Vorgänger im Amt Hendrik Wüst. Nachdem die Brücke der B229 in Lüdenscheid-Brücke bereits abgelastet wurde, hofft DUDAS nicht auch hier noch auf eine folgenschwere Sperrung. Das heißt, nochmal zum Mitschreiben, zu diesem Zeitpunkt braucht man drei verschiedene SEV-Busse, um beispielsweise von Hagen Hauptbahnhof nach Kiersbe zu kommen, für eine Distanz, die im Straßenverkehr 38 Kilometer beträgt. Immerhin dürfen die Züge nach einiger Zeit schon wieder fahren. Also von Hagen bis Rummonol natürlich nur, dahinter wird ja immer noch gebaut. Am 2. November lesen wir dann Lücke geschlossen. Neue Brücke in Lüdenscheid-Städt. Immerhin scheint dieser Zeitplan mal eingehalten zu werden. Doch ihr ahnt es schon, zu Beginn der Adventszeit gibt es den nächsten Schlag in die Magengrube. 28.11.2023. Hiobsbotschaft von der Bahn AG, Lüdenscheid-Plan im Dezember klappt doch nicht. Eigentlich sollten zur Fahrplan-Umstellung im Dezember wieder Züge nach Lüdenscheid fahren. Daraus aber wird nun doch nichts. Die Bahn AG teilte am Dienstag mit, dass die geplante wieder in Betriebnahme der Strecke erst im April 2024 klappen dürfte. Geplanter Termin, 8. April. Und Grund ist nicht die neue Eisenbahn Brücke in Brügge, die nämlich ist planmäßig fertig geworden. Vielmehr liegt die Schuld in Teilen bei Straßen NRW. Seit dem Hochwasserereignis im Sommer 2021 konnte die RB 52 auf der Vollmetallbahn nicht mehr durchgängig von Hagen bis Lüdenscheid verkehren. Zusätzlich führt der Neubau von Brücken auf der Strecke der RB 25 dazu, dass diese aktuell ebenfalls nur zwischen Köln und Oberrad fahren kann. Heißt es in der Mitteilung der Bahn AG, die Wiederaufnahme des Betriebes der RB 52 über Lüdenscheid-Brücke bis Lüdenscheid und auch ein Inselbetrieb der RB 25 zwischen Lüdenscheid und 2023 angekündigt. Dies ist so nun leider doch nicht möglich. Und damit zu den Gründen. Die noch erforderlichen Instandsetzungsarbeiten an einer Brücke der B 54 von Straßen NRW über unsere Bahnstrecke in Hagen-Eilpe und die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten an einer Eisenbahnbrücke in Steigsmühle verhindern aktuell noch die vollständige Wiederaufnahme des Betriebes auf der Vollmetallbahn, stellte die Bahn AG fest. Auf der RB 52 fahren zwischen Römer 0 und Lüdenscheid daher weiterhin Busse. Außerdem ist weiterhin der Einsatz von Schnellbussen zwischen Hagen und Lüdenscheid vorgesehen. Und damit zur anderen Seite. Die Züge der Bahnlinie RB 25 verkehren ebenfalls weiter nur zwischen Köln und Oberrad. Zwischen Oberrad und Lüdenscheid gibt es über den 10. Dezember 2023 hinaus einen Ersatzverkehr mit Bussen, teilte die Bahn AG mit. Nach Abschluss aller Brückenmaßnahmen im April 2024 soll der Zugverkehr dann sowohl auf der RB 52 wieder durchgehend von Dortmund über Hagen bis nach Lüdenscheid aufgenommen werden und die RB 25 wieder durchgehend von Köln über Gummersbach nach Lüdenscheid verkehren. Und während ich einen Moment schweige, weil mir spätestens jetzt die Worte ausgehen, hier nochmal das offizielle Schreiben der DB dazu. Hallo, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping, left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain, still remains within the sound of silence. Ich bin am Ende. Also fast. Was jetzt noch fehlt, ist eine Zusammenfassung über das, was seit dem Sommer 2021 passiert ist. Also Lokalpresse. Ein letztes Mal. 3.12.2023. Ärger, Hohn und Spott. Konologie der Bahnmisere. Am 8. April 2024, dem nun neu anvisierten Tag für die Wiederinbetriebnahme des Zugverkehrs sowohl aus Hagen als auch von der Rheinschiene über Gummersbach nach Lüdenscheid, werden es dann knapp 34 Monate sein seit dem Hochwasserereignis bis im Juli 2021. Das Hochwasser hatte mit seinen Schäden im Vollmetall unter anderem an zwei Punkten in Schlagsmühle den Bahnverkehr ins Ruhrgebiet abgeschnitten. Danach passierte bis zum Sommer 2022 wenig. Die Bahn AG setzte erst andere Strecken instand. Natürlich gab es seinerzeit Gebiete, die noch stärker betroffen waren, allen voran das Ahrtal. Immerhin rollten noch Züge aus dem Süden in Lüdenscheid ein. Die aber wurden im Juli 2022 auch abrupt gekappt. Totalschaden der Bahnbrücke in Brügge. Aufgefallen bei einem Routinecheck. Schuld war auch hier das Hochwasser aus dem Juli 2021, das dem mittleren Stützpfeiler zugesetzt hatte. Der Pfeiler stützte nicht. Lüdenscheid hatte sein nächstes Brückendesaster. Im Dezember 2022 präsentierte die Bahn AG nach viermonatiger Analyse ihre Pläne für einen Neubau. Der Zeitplan schien ambitioniert. Im Dezember 2023 sollte alles fertig sein. Es gab Ungläubige, die eines Besseren belehrt wurden. Die Bahn AG hat diesen Zeitplan eingehalten. Die neue Brügge in Brügge steht. Aber der Glanz dieser Rekordleistung O-Ton Bahnsprecher verblasst im Zuge anderer Hiobsbotschaften. Der Bahndamm in Schlagsmühle brauchte am Ende deutlich mehr Zeit als gedacht. Neue Regenfälle sorgten für Rückschläge und Verzögerungen. Und als der Bahndamm zwischen Dalerbrück und Schlagsmühle und die neuen Stützmauer zwischen Schlagsmühle und Brügge fertig waren, da ruderte die Bahn zurück. Keineswegs wollte sie nun wieder Züge zumindest bis nach Schlagsmühle schicken. Zu groß der Aufwand, zu wenig Zugführer. Die Inbetriebnahme der Strecke zwischen Rummunde und Schlagsmühle, die für den Sommer geplant war, wurde ausgesetzt. Der Schienenersatzverkehr durfte weitermachen. Die Kritik aus Schlagsmühle prallte seinerzeit an der Bahn AG ab. Die hatte andere Ideen. Die Zeit bis Dezember sollte genutzt werden, um eine Brücke zwischen Rummenol und Dalerbrück auszubessern. Und diese Brücke ist nun der Grund, weshalb bis April nichts gehen wird. Der Blick ins Innere der Brücke habe gezeigt, dass umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen am Stahlbau notwendig sein, ließ die Bahn wissen. Ralf Schwarzkopf, Landtagsabgeordneter der CDU, hat wenig Verständnis dafür, dass damit vier weitere Monate nichts geht. Die Menschen verlieren den Glauben an die Versprechen der Bahn, sagt Schwarzkopf. Er hat dies am Mittwoch auch Werner Lübberink, dem Konzernbevollmächtigten der Bahn NRW in einer Videokonferenz gesagt und einen klaren Fahrplan für die Vollmetallstrecke gefordert. Die Menschen brauchen endlich eine verbindliche Aussage, wann der Zug wieder fährt, sagt Schwarzkopf. Die Botschaft, der 8. April, der nächste avisierte Zeitpunkt, darf nicht gerissen werden. Gordon Dudas, Landtagsabgeordneter der SPD, macht seinem Ärger ebenfalls Luft. Die erneute Verschiebung um nochmal vier Monate ist ein weiteres Kapitel, einer der drei unendlichen Geschichten von Lüdenscheid. Neben Rathaustunnel, den habe ich übrigens gar nicht erwähnt hier, das wäre nochmal ein ganz eigenes Video, aber hat nichts mit Zügen zu tun, und A45-Sperrung, sorgt auch die fehlende Bahnanbindung Richtung Hagen für Verärgerung und schneidet uns buchstäblich vom Ruhrgebiet ab, stell du das fest. Begründet wird dies nun mit Arbeitnern einer Brücke in Schalksmühle. Ich habe daher die Bahn kontaktiert und Aufklärung gefordert, warum diese Maßnahme nicht rechtzeitig eingeplant wurde. Schließlich ist die Bahnstrecke schon seit über zwei Jahren gesperrt. Denn dass nun erneut das Versprechen von Mai, die Bahnstrecke zum Fahrplanwechsel endlich wieder in Betrieb zu nehmen, nicht eingehalten wird, ist für uns als Region eine Zumutung. Dass die Strecke bei der Wiederinbetriebnahme bestmöglichen Stand gesetzt werden solle, sei klar, sagt Dudas. Ebenso sei zu begrüßen, dass im Rahmen einer Sperrung auch Brücken geprüft werden. Die neuerliche Verzögerung selbst, um diese zudem so spät erst bekannt zu machen und nicht weitgehend mitzuteilen, was die Hintergründe sind, hinterlässt die allermeisten fassungslos. Übt er gleichwohl Kritik. Ich möchte wissen, ab wann war bekannt, dass es zur Verzögerung kommt? Was sind die genauen Gründe für die Verzögerung? Welche weiteren Prüfungen finden in den kommenden Monaten noch entlang der Strecke statt, wodurch gegebenenfalls weitere Sanierungsbedarfe festgestellt werden können? Antworten, die die Bahn bisher noch nicht detailliert gegeben hat. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich zum Zeitpunkt, als ich mit der Vorbereitung für Teil 1 begonnen hatte, davon ausging, dass ich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos bereits davon berichten könnte, dass seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 die RB52 und RB25 wieder auf gesamter Länge planmäßig verkehren. Stattdessen darf ich im Januar 2024 in Lüdenscheidbrücke weiterhin auf den Schienenersatzverkehrsbus warten und beobachten, wie Bäume gefällt oder die Bahnsteigkanten vom Schnee befreit werden. Ja, das passiert weiterhin. Auch wenn seit Monaten dort kein Zug gehalten hat, die Bahnsteigkanten sind frei von Schnee. Erinnert ihr euch noch an den Kommentar aus Teil 1, auf den ich nochmal zurückkommen wollte? Jetzt ist es soweit. Den Versprechungen der Bahn hätte man von Anfang an nicht glauben dürfen. Das Unternehmen Deutsche Bahn hat das Vertrauen verspielt. Die Bahn hat sich selber aufs Abstellgleis manövriert und wird künftig das Nachsehen haben, weil auf diese Weise niemand mehr mit der Bahn fahren möchte. Die Vollmetallbahn, eine Chronologie des Grauens. Was auf der Vollmetallbahn passiert ist, ist nicht nur schade, es ist eine Schande. Und es ist gefährlich, weil es Menschen abhängt. Ganz wortwörtlich an der ganzen Region und auch in den Köpfen ein Gefühl der Wut und der Verzweiflung zurücklässt. Ein Gefühl, das bei manchen vielleicht dazu führen kann, sich Ideologien anzunähern, die mit Verachtung und Ausgrenzung auf Kosten von anderen, von Minderheiten unserer Demokratie angreifen. Deswegen meine Bitte, bei aller Wut und Frustration, wir brauchen euch. Wir brauchen Menschen, die Bahn fahren, die sich einsetzen für eine wirkliche Verkehrswende und für die Demokratie. Dieses Video zeigt vielleicht auch im Kleinen, dass die Demokratie und ihre Bürokratie keine perfekte Staatsform ist. Aber, um es mit dem bekannten Satz zu sagen, es ist die am wenigsten schlechte. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns im Schienersatzverkehr. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns im Schienersatzverkehr. SIEMPRICH Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020